hey freunde heute mal ein kleiner test der cranky cactus von leslie ist eine wirklich sehr kleine fontäne für 2 euro und sie hat 30 gramm neem kann man hier oben vielleicht den moment genau wie gesagt explosiv maße circa 30 gramm 3 meter effekt angeblich und kaliber 13 mm so sieht das ganze ding aus und dann würde ich gleich mal sagen gehen wir raus zur zündung der cranky der handys genau der cranky cactus bis gleich draußen so wie versprochen jetzt zweimal der kranky kaktus jeder kostet 3,22 euro gefährliche reiste bis hin direkt da genau da schön so bist du soweit zweimal kranky kaktus für 2,22 euro 2 euro 20 kann man sich mal mitnehmen Also ist jetzt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, aber sind gut fürs Geld.